Eine Person, wie uns berichtet wurde bei Al-Bukhali, liebe Geschwister, wir dürfen nur mit Beweisen reden. Er hat einen schädlichen, was von der Straße gehoben? Dornenast. Was hat Allah Azzawajal daraufhin gemacht? Was hat Allah daraufhin gemacht? Sünden vergeben und in das Paradies. Und Allah hat ihm gedankt. Shaqarallahu lah. Allah hat ihm gedankt. Allahu Akbar. Allah hat ihm gedankt.